Naja, mühsam. Wie hieß der Spruch? So, was wollen eure Möglichkeiten? Auf mich warten? Was soll das denn heißen? Ja, Tutorial, bla bla, ich weiß. Kommt ihr mit, wenn ich jetzt hier gehe? Dacht ihr unterstützt mich Leute? Ich steh hier nur rum. Außerdem steht hier Welcome, aber ich bin gar nicht Welcome, hab ich das Gefühl. Nice Tutorial. In die Hockey gehen. Ich weiß. Ich probier mal. Seid ihr noch da? Ja. Kann ich den direkt von hier treffen? Ja. Kämpft ihr mit? Hab ich die jetzt auf euch gelockt? Oh, wieso ruckelt das denn immer mal so? Jetzt seh ich auch die auf der Karte. Immer erst wenn sie aggro sind. Hä? Ich sieh du ja. Leute, helft ihr mir? Nein! Hä? Wo sind die? Er ist direkt vor mir sein. Ja. Den hab ich. Glaub ich. Da ist noch einer. Hä? Hä? Leute! Nein! Oh nee! Ich komm schon. Komm schon. Ku halten zum heilen. Okay. Hä? Hab ich keinen Dienst mehr? Keine Munition? WTF? Wie soll ich das machen? Okay. Alter! Alter! Ich messer dich! Ich messer dich! Komm schon! Yo. Es hat geklappt. Heil dich nochmal. Hab ich sie? Uh! Aber da war doch nur einer eigentlich, oder? Lisa, wo bist du? Okay. Ich muss jetzt hier erstmal einsammeln. Sind alle meine Leute tot, oder was war das hier? Eine Fähigkeit! So. Jetzt kann ich mich entscheiden hier, ne? Und ich würde sagen, ich bleibe hier beim schneller heilen. Puh. Es ist schon ganz cool so. Jetzt sieht unser Tattoo so aus. Jetzt haben wir ja noch einen Hai. Haha. Ah, da sieht man ihn. Okay. Eins von 34. Ich denke mal, die Außenposten sind dann die... Ähm. Optionalen Missionen. Natürlich brauchen wir die auch eigentlich. Für Fähigkeiten. Sind das jetzt unsere Leute da? Eigentlich schon, ne? Hier haben wir noch eine Kiste. Schöne Missionen. Okay. Hier haben wir den ganzen Staff von den Leuten noch. Schleiche ich eigentlich noch? Ne. Jetzt. So. Hier sollen noch Kisten liegen. Wo denn? Schweine. Haben wir hier. Hier ist ne Kiste. 30 Dollar haben wir da drin. Na. Komm. Dann. Hier ist noch eine. Böbel Spielkarte. Was ist los, Leute? Suche im Hauptgebäude des Außenpostens nach Lisa. Hier. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Das habe ich mir fast gedacht. Jason. Du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst. Da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funke dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Dokeli dokeli. Was ist jetzt? Ich soll schon wieder schnell reisen. Nach Hause. Okay. Zur Zeit nicht möglich. Hä? Warum zeigt er mir das? Neue Rennliga ist auf der Insel verfügbar. Rennliga? Zwei neue gesucht Todaufgaben. Neue Fahrt des Jägers Aufgabe. Sind das die Missionen? Okay. Die verschwinden ja auch dann, die Symbole, wenn wir das erledigt haben, richtig? So. Erfolg. Außenposten sicher. Neues Verteidiger. Neues Verteidiger spricht mit Dr. Earnhardt. Befreie den Außenposten, indem du die dort ansässigen Piraten tötest, um neue Schnellreiseziele, Stationen freizuschalten, die Region sicherer zu machen, neue Aufgaben freizuschalten. Gewinne 500 XP pro Außenposten, gewinne 550, wenn du keinen Alarm auslöst, gewinne 1500, wenn du unentdeckt bleibst. Das würde ich gerne machen, aber das sah mir ziemlich schwierig aus, vor allem mit so einer simplen Schusswaffe, die wir da hatten. Unterschlupfe findest du an jedem Außenposten. Jeder Unterschlupf verfügt über einen automatischen Shop, in dem du Waffen kaufen und anpassen kannst. Über die Weltkarte kannst du jeden kontrollierten Unterschlupf per Schnellreise erreichen. Prüfungen der Rakyat stehen jetzt zur Verfügung. Suche auf der Karte nach diesem Symbol. Nähe dich dem farbigen Felsen in der Spielwelt. Halte eh um zu beginnen. Okay. Noch eins. Beende Prüfungen der Rakyat für Belohnungen. Spiele sie weiter, um dich mit deinen Freunden zu messen. Überprüfe die besten Liste, um Highscore zu sehen. Und Vars Piraten. Das sind Vars Piraten. Und das sind Rakyat. Okay. Da war noch was. Du, 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 waffen haben wir noch. Die AK-47 AK-47. Na und nicht gedroppt, eh. Das kennen wir alle schon. So, Herstellung. Haben wir noch was? Ja, okay. Feuerfest, aha. Okay, Jagd. Tier können ja auch wahrgenommen werden, okay. Waffengurt. Wir können das eh alles nicht herstellen. Brieftasche. Spritzentasche. Jaja, ganz schön viel was es hier gibt. Brennstoffgurt für Flammenwerfer. Oh. Ich wollte dir das angucken noch. Raketenbündel. Ach, das haben wir ja eigentlich alles schon angeguckt, ne? Nur, dass er sich nicht gemerkt hat, irgendwie. Eine neue Übergabeaufgabe. Übergabeaufgabe. Haaa. Was macht denn hier so'n Lärm? Wo kommen wir denn hier hin? Ist doch Straße. Da war ein Auto. Guck mal, hier hätte ich mich schön anschleichen können. Aber das Anschleichen müssen wir auch mal noch auf jeden Fall üben. Wir haben ja... Lieber, wenn wir mal so'n Dorf einnehmen, ohne gesehen zu werden. Und wir müssen anscheinend zum Ausrufezeichen jetzt. Wir könnten auch... Ähm... Ja. Jagd machen. Oder eine Menschenjagd. Oder was ist das auf dem Ziel? Äh, auf dem Ausrufezeichen? Ist das wohl ganz anders? Oder wie? Wow, das ist ganz schön groß hier. Monkey Sea, Monkey Boom. Hä, wo soll'n das sein? Nein. So, ich glaube... Wir müssen weiter... Oder wie spät ist es? Ich glaube, die Folge ist gleich zu Ende. Ich würde sagen, wir fahren da noch bis kurz vor... ...dem Ziel... ... ... ... ... ... Hey, könntest du mir mal helfen? Hä? Wie, ihr wollt mich verarschen? Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Hey, hier rüber! Ich bin ja hier. Ich stecke hier schon seit Stunden fest. Kannst du mir helfen? Was muss ich machen? Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Ich kann, ich kann nicht reparieren. Tut mir leid. Ich weiß nicht wie. Dieses Fahrzeug muss repariert werden. Sorry Leute, ich muss weg. Außerdem ist die Folge gleich zu Ende. Ihr müsst auf RobEasy2 bei YouTube gucken. Tschüss. Guten Tag. Wow. Sorry. Passiert. Ich spreche ja schon mit... Verfolgen die mich? Anders Piraten. Die verfolgen mich! Oh, ich muss da lang. Sorry. Oh, ich muss da lang. Wie werde ich denn die los? Soll ich mich mal in Ruhe lassen? Hilfe! Hilfe! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Lass mich! Oh ne, ich kenne die Karte hier nicht. Hilfe! Hilfe! Oh, noch welche! Shit! Was sagten die Map hier? Wo fahr ich denn hin? Wo bin ich denn? Ich bin da. Das Ziel ist da. Ist das Dr. Amano? Ern... Dr. Earnhardt meine ich natürlich. Da ist der Funkturm. Kann ich denn hier speichern? Den Speicherplatte 1 ist weiter ein Spielspann. Spielspann. Ich weiß. Überschreib den. Hast du jetzt? Schon? Möchtest du ihn überschreiben? Okay. Ach, das... Die Waffen sind das Speichern-Symbol. Jetzt habe ich es gecheckt. So. Ich denke, das war es nämlich mit der ersten Woche Far Cry jetzt hier. Und in der nächsten... werden wir, denke ich mal, zuerst... uns diesen... Funkturm vornehmen. Und dann... äh... werden wir zu Dr. Earnhardt gehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Aber... morgen... hoffe ich mal... haben wir dann auch wieder eine schöne Folge SG parat. Wir sehen uns... morgen wieder. Bis dann. Tschüss.